Ich bin ja selbst als Passauer hier aufgewachsen und seit Jahrzehnten hier mittlerweile am politischen Aschermittwoch und jetzt in meiner Verantwortung zum zweiten Mal als Generalsekretär. Ich habe als Ordner angefangen und es fasziniert mich über die Jahre hin, weil es so einzigartig ist. Erstens, gute Politiker. Kompliziert denken, aber einfach reden, das macht die CSU. Zweite Botschaft, die CSU muss immer auch die Partei der kleinen Leute sein. Der Generalsekretär ist wie der Generalsekretär in den alten Zeiten, ich fühle mich da natürlich noch an meine Zeiten erinnert, der halt noch mal ein Stück zuspitzt, die Partei mobilisiert, das eine oder andere noch mal besonders hervorhebt und abbindet. Aber es war eine absolut runde Veranstaltung. Drittens, Konservative stehen an der Spitze des Fortschritts. Das macht die CSU. Viertens, die CSU ist die Volkspartei Mitte rechts. Das ist die wahre CSU. Und fünftens, wir sind treu in unseren Bündnissen, gerade in einer Welt, die aus den Fugen geraten sind. Das ist Aschermittwoch. Das ist der weltweit größte Stammtisch. Da habe ich Klartext gesprochen und auf die CSU ist da Verlass. Und wenn man getragen wird von tausenden von Besuchern, dann macht es richtig Spaß. Das ist die CSU.